Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2 und mit dabei ist immer noch wie gewohnt der Black Knight. Star? Ha, da ist er doch. Und ja. Ja, wie schon gesagt, führen wir heute mit dem Imperium auf Tatooine. So, Mahalo sagen bei der Begrüßung. Ja, Mann. Meister Yoda wird sehr unglücklich sein. Ach, stimmt, wie es schmiert jetzt? Das Imperium. Ne, dann Vader. Der wird nicht zufrieden sein. Gibt's nachher Stress. Irgendwäh, da mache ich mir keine Sorgen. Bist viel stärker, ne? Red im Sturmtruppe. Da. So, nice, jetzt nehme ich schon mal A ein. Müssen wir nur ein einnehmen? Ich glaube schon, ne? Dann können wir jetzt nicht weiter vorrücken. Ja. Brauche nur ein. Und die anderen. Weiter zu bellen. Yoda. Aber ich finde das Imperium, das merkt man schon, ist schon echt enorm stärker. als die Rebellen. Viel stärker. Du, es ist ja auch in den Filmen und in den Serien auch zu sehen. Ja. Weil die Rebellen haben ja immer, sag ich mal, Probleme mit Nachschub und so. Und das Imperium kann es einfach so verkraften, dass das, das juckt die einfach nicht. Okay, wild. Gerade, was der Rebellen gesagt hat. Was hat er gesagt? Kaboom. Ah ja. Ich glaube, man kann doch, glaube ich, auch irgendwie, äh, genau hier irgendwie Brüche haben oder so. Ich glaube, das ist nur nachher bei Dings möglich, Jedis und so. Ich habe in den Ego reingewechselt, das wollte ich eigentlich nicht. So, jetzt, genau. Die Verteidigung der Rebellen wacht. Attackiert diese neuen Kommando-Post. Punkt B. Ich bin gerade bei Punkt A. Jo, da geht's ab. Oh. Ich leiste Feuerschutz. Jo, Junge. Was ist hier denn los? Da geht's auf jeden Fall auch ab. Ich rasier gerade mit der Minigun durch. Ja. So. So, Mord ist da. Okay, das ist mal. Ist das denn gewesen? So. Ah, ein Leben. Wo bist du? Ach, du bist hier. Ich bin hier. Ja. Hallo, hallo. Geht'n so. Sege. Geht'n so. Hello there. Geht's zu fach. Da sind noch mehr. Junge. Mal weg mit euch. Irgendwann random. Ja. Genauso wie dort auch noch. Ah ja. Los. Superio muss seine Stärke zeigen. Jetzt mal Bubba Fett. Ah, Mord kann ich leider nicht nehmen. Schade. Gibt's hier was zu tun? Natürlich, gibt immer was zu tun. Das ist nicht mehr los. Ich pfeffer mal eine Granate rein. Ja. Ich auch. Hab' ich sogar drei Raketen, die ich gleich abfeuern kann. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber ja gut. Jo, da geht's ab. Weg hier. Ah, shit. Ich hab's nicht mehr geschafft. Schade. Ach, Moll. Warum wird denn schon benutzt? Wer bist du grad? Ich bin immer noch der Miniguntyp. Okay. Wenn du tot bist, City ist, ist auf jeden Fall frei. Der U-Opa. Der ist stark. Ich bin Mollhaft. Mollhaft. Ja. Weil der ist ja komplett overpowered. Ja. Jo, es geht hier ab. Ja, genau. Und wenn ich Vader spiele, ist er sofort tot. Mann, kennt's. Das ist doch... Mann, Alter. Betrug. Betrug. Ich muss doch auch der Minigunter durchrushen. Bei Punkt A geht's, bring ich mich grad richtig ab. Ja. Alter. Ist doch auch bei A, ne? Ja. Die Junge. Im Tod grad eben noch auf den Levelaufstieg holt. Mann, warum... Wer benutzt grad Moll? Ah, der ist jetzt frei. Jetzt hab ich den. Ey, Mann. Ich wollte das grad eben, ey. Mann. Los, komm. Ur-Opa-Sidius. Die dunkle Seite... ...ist mächtig. Ach, ne. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die dunkle Seite mächtig ist. Ach. Bist'n schon Duff Vader. Bist'n schon Duff Moll. Bist'n schon Count Dooku. Kindergarten, ne? So. Ich bitt hier ab. Zeig mal's dir dies, was du kannst. Uh. Ich bin am Braten hier mit dem Blitzen. Nice. Das gefällt mir. So schaut's aus. Dies vor dem Imperator. Unsere Armee lässt die ihre winzig aussicht. Bewusst. Ne, er hat keine Sprüche. Okay. Vielleicht andere Charakter, ich weiß es nicht. Oh, wer ist da? Yoda. Ah, Meister Yoda. Da ist der Yoda. Der aller Äpfel. Jo, was CD ist, den hab ich echt unterschätzt, den Typen. Der kann was. Aha. Los, Bratze. Junge, nimm mal gleich den Typen. Der ist wirklich, ohne Witz, der ist nicht verkehrt. Ja. Ja, ich könnte wohl gedacht. Guck mal, da bist du sogar. Aha. Sprat sich auch mal ein bisschen. Mann, ich hab das auch nicht getan. Hey. So. Nur her. Weil ich leb halt immer noch. Jo, was geht jetzt da ab? Kommt ihr alle her. Ich hab grad einen Wookie-Schnetzel. Und Braten. Los, komm, mach den, Shady. Nein. Er hat mich geholt. Nein. Junge, der ist zu stark. Ja. Der Wookie. Oh, er hat mich geholt. Ehrenloser. Boah, ich stell' grad'n Geschütz auf. So. Jo, bei mir geht's grad auch richtig ab. Junge. Äh, ich bin gerade Hinterpunkt A. Also, wenn du halt rausgehst. Ja. Hier geht's grad richtig ab. Das sind auch noch welche. Jawohl, geholt. So. Ich bin grad gut am Rasieren mit meinem Offizier hier. Schaut's bei dir aus. Jo, alter. Voll in die Granate reingelaufen. Jawohl, ich kann Maul spielen. Nice. Echtendlich. Jetzt hat er bei dir performt. Ah, der war stark. Aber ich war halt viel zu viel weg. Ja. Das ist echt nicht ganz so nice. So, er kommt her. Jo, ich hab grad eben vier Leute oder so weggekickt. Boah, aber viel zu viele. Ja. Man kennt's, ne? Warte, jetzt. Einer mit dem Schwering-Geschütz. Junge Yoda ist da grad richtig am Durchrasieren. Das ist ein Punkt B am besten jetzt. Einnehmen. Nehme ich am nächsten dran, den einzunehmen. So, kommt her. Jo, was geht hier denn ab, Alter? Junge. Ich rasier mal mit dem Minigun durch, okay? Alter, viel zu viele. Junge, wie viele sind da? Guckst du dir an, was ist das? Das ist doch ein Solo, der da rumgammelt. Ja, der komische Piech. Der komische. Junge. Ah, shit. Ihr müsst uns langsam beeilen. Komm. Ja. Junge, warum lebt du da doch? Der ist noch nicht gestoppt. So, komm, ich rasier ihn jetzt mit Maul weg. Komm's her. So, komm. Jo, schnell weg. Shit. Oh, Alter. Fast verreckt. Arsch. Junge, wie viele sind da? Alter. Alles klar, ich bin sofort verreckt. Junge. Ey, Mann. Kannst du halt gar nicht aufräumen mit Maul, weil da so viele sind. Nein. Das ist kacke. Oh, Alter. Ey, lass mal den Punkt A einnehmen. Ja, versuche ich, aber leichter gesagt als getan. Ja, das stimmt. Verlängerung. Obwohl, nee. Ja. Ich hoffe zumindest drauf. Oh, Han Solo, der eklige. Jawohl, ich hab ihn. Nein. Jawohl, Verlängerung. Komm. Ähm, jetzt. Wir brauchen den Punkt. Komm. Macht sie fertig. Und Vader rasiert er auch gerade durch. So, da sind welche. Ich stelle mein Geschütz auf. Los, komm. Ja, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast im Punkt. Ja. Fast. Jawohl, nice. Spick. Letzter Punkt. Luke Skywalker, okay. Wir haben so gut wie gewonnen. Ein Gebiet müssen wir aber noch sichern. Oh, der Angriff geht. Jo, gerade eben schön durchrasiert. Also nimm mal auch den Offizier. Der ist auch nicht so verkehrt. Ja, ich kann ihn mal aufrufen. Also nicht direkt reinlaufen, sondern so ein bisschen auf Distanz. Der kann wohl was. Ja. Der schießt meiner Meinung nach noch sehr präzise und eigentlich ziemlich gut. Was für Animleute da hinten? Ja, das sind auch hier random Bewohner. Ja. Kack auf die. So. Irgend gefühlt am Rand hier von Mos Eisley gewesen. Oder Mos Espa, je nachdem welcher Ort das hier ist. Nur auf den Planeten geachtet. Und das ist auf jeden Fall Tatooine. Jo, das wird jetzt echt das Schwert, den hier einzunehmen. Guck mal, wie viele da sind. Ja, das ist auch schwierig, schwierige Lage. Ja. Ich muss halt direkt rein im Zentrum, aber ich kann das gefühlt nicht vorträgen, weil das so viele Typen sind. Junge, wie viele sind hier? Komm Vader, mach Luke fertig. Shit, er hat mich fokussiert. Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts getan. Nein, shit. Ach, Mann. Ich habe nichts gemacht. Junge, ich habe 11.000 Punkte. Ich rasiere jetzt mit Sidious durch. Komm. Oh, ja. Ich war letztes Mal von dir überzeugt. Gleich, was du jetzt kannst. Dies wird die Angelegenheit rasch beenden. Oh, komm. Wir müssen halt richtig rein da, sage ich mal, in das Zentrum da, in das Herz von denen da. Ja, wir haben hier keine Chance. Und lass niemanden diese Robe berühren. So, komm. Komm, mach sie fertig. Ich bin gerade drin. Ja. Du, also Sidious schlägt sie echt nicht verkehrt gerade. Ja, das ist eine gute Ausdauer, der Typ. Eine Macht! Ich habe nicht gefällig, Tag. Ja. Komm. Zeig, was du kannst. Imperium muss seine Stärke beweisen. Jo, komm. Alter. Junge, wie viele sind da? Oh, aber Sidious, Alter, der schnetzelt sie nieder. Alter, der Typ ist so wild. Junge, er rasiert bei mir wirklich gerade einfach absolut durch, der Typ. Ja, jetzt wurde ich geholt, aber der Typ, ey. Geh mir noch mal. Mit Moll bin ich gefühlt davor einfach sofort verreckt. Ja. Ich nehme mir noch richtig viel HP, der Typ. Wer nimmst du jetzt? Ich bin Vader. Shit, vier Sekunden. Nein. Verlängerung, komm. Jetzt. Wirklich, rein da. Komm. Und der Fall. So, viele sind da. Alter. Ich habe Yoda, ich habe Yoda. Das ist Yoda, nice. Jo, und Sidious beratet sie alle nieder. So muss das. Junge. Jetzt muss rasiert werden. Komm. So, komm. Noch mal, Sidious. Wir müssen den Punkt langsam einnehmen. Ja. Er hat gefühlt jeden Einzelnen gerade eben verbrannt. Scheiße ist nicht. So, kommt her. Junge, wie viele sind hier wieder? Jo, Alter. Junge, ich habe eben acht Leute oder so geholt mit Sidious. Alter. Oder muss er mit der Minigun rein? Der ist unterbewertet. Der ist wirklich underrated. Nimm mal den Typ gleich. Der Punkt hast du, du bist gerade Vader, ne? Ja. Aber ich habe keinen Punkt. Junge, ich ranziere gerade. Vader. Ja. Schüttel hoch. Jo. Ich mache sie gerade weg. Ja, shit. Ich wurde geholt. Darth Maul ist gerade auch da. Aber auch gerade eben verreckt. Jo, du rasierst ja richtig. So muss das. Wir müssen langsam echt... Oh, Alter. Ich weiß noch nicht, wie lange die Verlängerung noch geht. Ja, wahrscheinlich nicht so lange. Junge, was wird hier denn los? Du performst ja richtig. Ja. Ja, weder. Und? Nein, die Verlängerung hört auf. Nein. Ah, Mann. Nein. Aber trotzdem, wir haben tapfer gekämpft. Da geht es um zu verlieren. Das war ein Wetterkampf. Macht euch bereit für eine weitere... Ah, schade. Trotzdem, wir haben stark gekämpft. Ah, schade trotzdem. War halt echt eng, ne? Ja. Und ja, muss ich sagen, sind wir Ende der heutigen Folge angekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem weiteren Video wieder. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein.